Hallo und herzlich willkommen bei PokeVestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel, ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Video und aufgepasst, jetzt gerade gibt es wirklich einen extrem starken Deal für das Display Paradigm Trigger. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das wurde ja kritisiert. Manuel, du sprichst den Namen falsch aus, Elme, oh, hahaha, so, auf jeden Fall habt ihr jetzt gerade die Möglichkeit, just in time, beim Kauf von 15 Stück Displays, 15 Displays, Paradigm Trigger, zu einem Preis zu kommen von 44,80 pro Display. Worüber rede ich? Paradigm Trigger, dieses Display, es bildet einen Teil vom Silver Tempest Set ab, beziehungsweise Silberne Sturmwinde, ein Lugia Set und wir haben hier den stärksten Teil, denn wenn wir mal ganz kurz in die Einzelkarten hineingucken, lasst uns das mal kurz machen, dann seht ihr schon, wir haben hier wunderschöne Lugia Karten dabei, einige schöne Rainbow Karten und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, die absolut atemberaubende Lugia V-Karte, die mittlerweile bei einem Preis von 205, beziehungsweise 210 aus dem europäischen Ausland liegt, aus Deutschland 215 Euro und wenn ihr die ganze Karte denn auf Karpmat kaufen wollt und ja, eine Karte, die extrem viel Potenzial für die Zukunft mit sich bringt und ja, ich habe den Preiser jetzt gerade schon genannt, den ihr tatsächlich momentan erzielen könnt, ja, wenn ihr auf Amazon JP dieses Display kauft, ganz wichtig, hier auf Amazon JP könnt ihr nur mit Kreditkarte kaufen, ja, das ist ganz wichtig, ansonsten funktioniert das nicht, ich mache das immer über einen Freund, weil ich selber keine habe, müsste ich mir mal eigentlich anlegen, aber wie dem auch sagt, spielt keine Rolle und das Interessante ist hier, ja, ganz wichtig, Sold by Happy Life 24, ja, sehr gute Bewertung, habe hier selber auch schon mal gekauft gehabt und dieser bietet, wenn ihr nicht nur eins nehmt, ja, wenn ihr nur eins nehmt, dann seid ihr wesentlich teurer dabei, wenn ihr allerdings sagt, ich nehme 15 Displays, kommt ihr halt zu einem Preis von 672,23 Euro, wenn man das dann durch 15 teilt, kommen wir auf die genannten 44,80 Euro, seit unter 45 Euro für ein Schwert- und Schild-Display, ja, welches ja wirklich stark ist, welches Qualität bietet und das muss ich sagen, ist preis-leistungstechnisch absolut topnotch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja, ich finde ja Lost Abyss auch sehr, sehr interessant und das habe ich auch auf der Watchlist, aber hier könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht noch im Preis noch weiter runterkommen könnten und da ist mehr Risiko drin, als hier bei Paradigm Trigger meiner Meinung nach, ja, wie weit sollte es noch runtergehen bei so einem starken Display, wie ich finde, das ist für mich kein Vergleich zu Shiny Treasure EX oder den neuen Scarlet & Violet Displays im Japanischen, einfach weil wir hier Lugia drin haben und dieses wunderschöne Artwork, welches ja auch extrem beliebt ist und, ja, wenn man sich mal anguckt, wo denn die englischen und deutschen Displays zu Silver Tempest stehen, einfach mal so als Richtwert, klar, bei Silver Tempest und Silberne Sturmwinde, da haben wir noch viele weitere Karten drin, so, das muss man auch sagen und, wie gesagt, es geht hier um ein Produkt, welches nicht nur in Japan sehr beliebt ist, ja, sondern global, ja, bei den Silver Tempest Booster Boxen als Beispiel, so, ja, man muss differenzieren, aber trotzdem finde ich als Indikator, was das Potenzial anbelangt, kann man das schon, finde ich, ganz gut sehen, wir sind hier bei Preisen aus Deutschland für ein englisches Display bei 142 Euro, so, und bevor ich mir so eins kaufen würde, für 142 Euro, ja, wo ich viel mehr Kapital binden muss, würde ich persönlich, das liegt aber auch an meinem Anlegertypen, ich bin spekulativ, ich gehe Risiken ein in meinem jungen Alter, das trifft aber nur auf mich zu, wie das bei euch ist, das weiß ich nicht, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr eher risikoaffin seid oder nicht, und, ja, da müsst ihr sagen, ja oder nein, ja, wenn ihr sicher gehen wollt, wirklich ganz sicher, dann kauft euch hier dieses Display für 142 Euro, oder hier für 140 auf Deutsch, auch toll, so, wenn ihr ein bisschen spekulativer unterwegs seid und auch gerade die Chance, meiner Meinung nach, momentan so seht wie ich im japanischen Markt, wo wir Displays unter MSRP Preisen, wo das gar umgebe jetzt gerade ist, oder nahe dem MSRP Preis, denn, ja, wenn man sich mal anschaut, 6200 Yen oder, wenn wir hier 15 nehmen, sind wir bei 5636 Yen pro Display, ja, wo ist der MSRP Preis für ein japanisches Display? Genau bei 5500 Yen, wir sind 136 Yen über dem MSRP Preis nur, wenn man sich mal anschaut, wo dieses Display vor einigen Monaten lag, ja, jetzt auf Cardmarket sind wir bei 54 Euro, ne, nur mal so als Referenz, also ihr seid auch deutlich günstiger als auf Cardmarket unterwegs, wenn ihr bei Amazon JP direkt bestellt, ja, und nicht hier über einen deutschen Händler, wir waren bei Preisen bei diesem Display von 110, 120 Euro, waren wir schon, so, und ist das jetzt der letzte Reprint gewesen, den wir gesehen haben bei Paradigm Trigger? Ich weiß es nicht, man hat gesehen, auch nach zwei Jahren, nach vollen zwei Jahren, haben sie gesagt, ja, wir drucken auch nochmal Lost Abyss nach. Ob das bei Paradigm Trigger auch der Fall sein wird, wissen wir nicht, es kann sein, ja, dass hier im Q4 noch ein weiterer Reprint kommt, aber, und das hatte ich eingangs ja schon gesagt, wie weit soll es denn dann noch runtergehen? 40 Euro, 35 Euro, ja, das sind top, also das ist absolut topnotch und 45 Euro meine ich mal noch langfristig gesehen auch, also super, super strong und, äh, wenn ihr sagt, ja, das, äh, finde ich interessant, ähm, dann kann ich euch nur raten, geht auf den Link, also ich werde euch das verlinken, ist unten in der Beschreibung und sollten die 15 Stück, die jetzt gerade hier left in stock sind, ähm, ja, ausverkauft sein, dann auch nur von meiner Meinung, also von meiner Seite aus als Tipp, immer wieder auf diesen Link klicken und gucken, ob gerestockt wird, denn das passiert in 99% der Fällen, gerade wenn wir so einen großen Reprint auch zu einem Produkt sehen und viele Displays auf dem Markt sind. Ähnliches trifft auch auf, äh, Shiny Treasure EX zu, auch hier wird häufig auch der Preis noch angepasst, ja, und gerestockt, äh, das ist völlig normal, macht das, das gehört zu meiner normalen Routine, wenn es darum geht, äh, ja, Toppreise irgendwie für die Community dann auch zu finden oder für meinen Discord, wo ich das Ganze ja auch eben schon gepostet habe, ja, ähm, und ganz wichtig habe ich auch noch nicht gesagt, ja, viele fragen mich dann immer, ja, äh, sind da denn jetzt auch die Zollgebühren mit inbehalten und, äh, was kommt an Versand hinzu, wichtig, gar nichts, ja, dieser Preis ist inklusive Shipping und allen Handling Import Fees, die es gibt, steht auch hier in der Abrechnung ganz am Ende, hier seht ihr ja, wird das nochmal aufgedröselt, was ihr da alles insgesamt zahlt und dann kommt ihr auf euren totalen Preis, wo alles mit inbegriffen ist. So, und jetzt nochmal zu Paradigm Trigger, weil da interessiert es mich natürlich auch, wie ihr das Display seht, schreibt es unten in die Beschreibung, seht ihr das auch so als, äh, absolute, ja, Top-Chance, als Top-Set? Findet ihr die Karten schön? Wie gefällt euch die Lugia-Wi-Karte? Wie gesagt, für mich absolute Favorite-Karte, neben dem Mumbrion natürlich, ähm, aus der Schwert- und Schild-Ära und, wie gesagt, viele schöne Karten, auch einige Potentialkarten, neben der Lugia-Wi mit den Lugia-Rainbow- und Goldkarten, ja, oder der Full-Art, ist auch schön, ja, die Incognito-Karte finde ich auch sehr schön gelungen und für die Waifu-Fans, wie gesagt, die Frieda haben wir auch hier am Start und, äh, nur mal ganz kurz, um die Preise auch nochmal zu sehen auf Kartenmarkt für die einzelnen Karten. Wie gesagt, äh, Lugia liegt bei über 200 Euro, wir sind hier bei der Goldkarte von Lugia bei über 20 Euro, hier sind wir bei circa 15 Euro bei der Rainbow-Karte, äh, die Frieda, ja, Candice, äh, wo ist die denn abgeschmiert, ja, bei 30 Euro lag ja im Waifu-Hype deutlich teurer, ja, also vor einem Jahr, da, ähm, hat man andere Preise gesehen und, ja, für mich, ja, kartentechnisch, was da drin ist, sehr, sehr viel Potenzial, ich bin gespannt, wie es weitergeht und, ähm, ja, ihr könnt auch gerne mal eure Kursziele reinschreiben, würde mich auch interessieren, kurzfristig, langfristig und, äh, ja, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, denkt an das Like, denkt an ein Abo, wenn ihr es noch nicht, äh, dagelassen habt, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, macht's gut und ciao!